Stellen Sie sich vor, ich habe die Rems schon mit einem Sprung überquert. Es war nicht schwer, sie rieselte mit höchstens einem halben Meter unterhalb des Hirtenteichs ins Tal dieses Namens. Der Ort liegt zwischen der windgezausten Hochebene von Bartholomä auf der Ostalb. Dann kommt Lauterburg und unterhalb gluckert der Bach auf Essingen bei Ahlen zu. Damit ward das Remstal geboren.